Die Wahrheit über Legasthenie und Intelligenzquotient Legasthene-Kinder haben Leseprobleme. Diese werden nicht selten auf eine nicht ausreichende Intelligenz zurückgeführt. Die Wissenschaft sagt, das ist falsch. Legastheniker haben lediglich eine besondere Informationsverarbeitung und dadurch bedingt eine besondere Lernfähigkeit. An die pädagogisch-didaktische Interventionsebene werden hohe Anforderungen gestellt, damit Legastheniker das Lesen meistern können. Bei den meisten Menschen sind IQ und Lesefähigkeiten im Einklang. Die klassische Entwicklung der Lesefähigkeit Die Entwicklung der Lesefähigkeit mit Legasthenie Legasthenie kann Unwissende fehlleiten. Lese-Probleme bei Legasthenen Menschen im Zusammenhang mit der Intelligenz zu sehen, ist ein schwerer Fehler. Es ist wichtig, dass man mit diesen besonderen Menschen geduldig ist und sie ermutigt. Denk daran, das Lesen soll nicht unter Zeitdruck geschehen. Es ist wichtig, dass man diesen Menschen eine individuelle Hilfe gibt, wie zum Beispiel durch anschauliches Lernmaterial, Hörbücher, Videos und Apps. Legasthenie Menschen sind genauso intelligent wie nicht-Legasthenie Menschen. Schließlich sollte man in der Förderung ihre Stärken hervorheben und ihnen nicht ihre besondere Lernfähigkeit vorhalten. Schließlich ist das eine individuelle Lernmaterial, die 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 Untertitelung des ZDF, 2020